So, spawnet und sterbet und gebet mir euren Stuff. Hey, brauch ich nur neun, ah da. Wieder die zwölf, diesmal keine Sudlingskerne, aber die brauch ich auch bei diesem Tag gar nicht. Auch wieder so ein Stuff, den ich einfach nur horte, weil man ihn horten kann. Na gut, was soll's. Ähm, die Kohle schmeiß ich hier einfach mal dazu, was soll's. Und das Holz schleute ich hier hin, und dann hacken wir das da hinten mal kurz zu Ende. Ja, da sieht man schon, wie es relativ weit ausgebuddelt ist, wird auch hier schon fast durch, ne? Ja, ja, hier waren wir. Dann hacken wir ihn hier mal weiter, so. Also natürlich müssen wir das da unten auch noch wegbuddeln, ne? Aber ich dachte, ich mach jetzt erst mal mir schon mal den Rahmen. Damit wir wissen, wie weit wir gehen müssen. So. Rundherum. So. Hier ist noch ein bisschen Kupfer, was in der Erde feststeckt. Aber ich glaube, das ist unabhängig von denen, weil die sich nicht berühren. so. Ich mach's trotzdem ab. Halt, was mach ich denn? So. Jetzt machen wir uns Arbeit. Arbeit, die wir sowieso nachher verrichten müssen, wenn wir hier alles umbuddeln. Wie schon gesagt. Deswegen macht das schon Sinn, das so rumzumachen, auch wenn es jetzt gerade vielleicht umständlicher aussieht. In der Summe ist es sinnvoll. Boah, ey. Warte mal. Ich will mal kurz einen Überblick verschaffen. Das ist eine zweite. Das sind zwei. Oder? Die hier und die hier. Oder gehören die zusammen? Ich weiß es nicht. Ich buddel mal hier weiter. Kann ich hier nochmal runter? Ne, ne? Ich bin auf die Seite. Ja. Das heißt, wir werden wahrscheinlich sowieso diese. hier wegkloppen müssen. Aber gehen wir erstmal rundrum. Gehen wir uns nach dem anderen. Ja, Unterkunft, ja. Tolle Unterkunft. Na gut. Ja, was ist denn das da? Ach, das kommt von dem Nebel. Ich hab schon gewundert, was da so komisch aussieht. Okay. Was ist denn das da? So. Alles frei buddeln. Nicht aus Versehen, die erst treffen, so wie jetzt. Kann ich hier noch weiter runter? Ne, ne? Doch, kann ich. Dann sollte ich das auch tun. Alles kommt. Dann hau ich hier meine Delle rein. Hm. Ich weiß nicht, warum da jetzt so ein riesen Loch rausgebröckelt ist. Oder ob das vielleicht schon vorher war und ich es einfach nur nicht gesehen habe. Hä? Na, hier geht's nicht tiefer. Nö. Will er nicht. Na gut. Dann nicht. Dann hau ich hier mal weiter durch. Und das da steckt schon wieder in der Erde. Da muss ich das auch reinkloppen. Ob das hier schwebt. Naja. Ups. Ne. Von der Seite. So. Müsste der auch frei schweben. Schwebt der nicht frei? Ist ja sozusagen hiermit noch verbunden. Durch. Was weiß ich. Das GameObject ist noch connected, aber. Ähm. Man sieht's nicht. Vielleicht. Ich buddle das hier mal noch alles ein bisschen weiter aus. Eigentlich müsste das doch einfachen. Nach meinem Verständnis. Weil der jetzt frei schwebt. Hm. Machen wir hier mal weiter. Vielleicht muss alles. Also. Weil das ja eins war. Muss alles tatsächlich weg. Äh. Gekloppt werden. Aber ich glaube nicht, oder? Ja. Weil das ist ja jetzt eigentlich eigenständig. Wundert mich, dass der noch schwebt. Habe ich hier was übersehen? Ne. Hier ist auch noch Kupfer. Gehört wahrscheinlich auch zu der Quelle. Hier. Das ist im Bedrock. Das kommt weg. So. Kommt hier weiter runter. Das ist ja jetzt natürlich top. Wir haben ja direkt erst mal am Anfang ein bisschen gebuddelt. Kann ja aber nicht schaden. Wenn ihr hier schon gesehen habt, dass es hier auf jeden Fall eine Menge zu tun. Also. Ist ja nicht schlimm, wenn wir hin und wieder mal so eine kleine Puddel-Session machen, oder? So. Dann hier dann. Ah. Die sind auch miteinander. Ineinander sozusagen gespawnt. Die beiden Quellen. Das hier ist noch nicht frei. Geh weiter. So. Und hier noch. Zack. Doe mal ist das. So. Da kann man nicht rumrum, das wegzukloppen. Ich kann wieder einen Trank trinken. So, und hier lang, und hier weiter runter, ne, hier geht das Bedrock sozusagen ein bisschen nach oben. Das ist hier anders als zum Beispiel bei Minecraft, wo der Bedrock immer eine ganz klare Höhe hat, das sind glaube ich die letzten vier Ebenen oder so, und auf der letzten Ebene ist es auf jeden Fall 100% Chance, dass Bedrock gespawned wird, wenn man ein Loch hat, nach unten, so. Komm schon, den mach ich mal auch wechselnder als halber, wenn das hier wüsste doch zum Beispiel jetzt eigentlich einkrachen, oder nicht? Wenn ich jetzt diese Kante weghau, kracht das dann ein? Probier's mal. Ne, immer noch nicht, warum, warum halten die jetzt, das schneide ich nicht ganz. Hä? Dann haben wir ja doch schwebende Felsen, wa? Oder wie jetzt? Aber warum schweben die? Also, ich dachte jetzt die krachen ein, weil sie nichts stabiles mehr haben. Ne? Ne? Also, oder wenn ich den täusche, den hier mal wegkloppe. Und dann noch. Genau so. Rät alles stabil hier oben. Hier unten ist aber auch alles weg, glaube ich, ne? Sozusagen nicht noch irgendwie ein Stück übersehen. So was hier zum Beispiel. Hm. Ich weiß es nicht, was das soll. Ich hatte ja gedacht, das wird jetzt eigentlich uns Arbeit abnehmen, aber so haben wir es uns jetzt eher kompliziert gemacht, ne? Ich lass die aber einfach erstmal. Wir haben sowieso genug Kupfererz. Ich schmeiß mal alles weg. Außer Kupfer. Muss ich das auf jeden Fall mitnehmen. Ne, das ist Krauzwergenmüll. Ähm. Ich würd sagen, dann reicht's erstmal ein Gebuddel. Wir wollten ja nur ein bisschen Kupfer holen. Hier liegt noch was. Alles mitnehmen. Huch. Ja, was dauert natürlich. Hier liegt auch noch Kupfer. Weg mit dem Stein. Weg mit dem Holz. So, Kupfer so. Hm. Ja, dann haben wir allein hier schon 37. Äh, scheitert wieder an der Kohle, ne? Da nochmal. Äh. Ja, shit. Jetzt hab ich mir eine Kohle gebaut, wo ich nicht mehr rauskomme. Ich kann natürlich einfach wieder über dieses, diesen Ecktrick. Und ich hau die mich gleich nicht runter. Ich bin ganz schön dreist. Ah nein. Ich muss mir eine tiefere Stelle holen. Die hier zum Beispiel. Ja, hier komm ich easy hoch. Und dann hier. Die muss ich leider killen. Sonst kann ich nicht pennen gehen, ne? Du hältst die Schnauze und du hältst die Schnauze. Und genauso ihr, weil die dann abgehauen war. Tschüss, Gericht. Uh, hoppla. Na gut. Dann, ähm, hoffe ich, ich kann pennen. Ich hab jetzt gerade nämlich links und rechts geguckt. Ich glaub aber erst geht. Ja. Ähm. Hervorragend. Ähm. Ich wollte sowieso gleich mal kurz was essen. Das eignet sich perfekt, dass ich mich eigentlich wieder kurz in die Sottlingsfarm stelle. Für, keine Ahnung, 10, 15 Minuten. Das heißt, das wären so 2, 3 Spawns. Aber das wiederum pro Spawn 12 Kohle. Gerne, gerne. Ach ja. Natürlich. Ich hab Kupfer dabei. Damit kann ich nicht durchs Portal. Ähm. Stein und Holz schmeiß ich einfach mal. Ja, das bisschen ist eigentlich egal. Aber das müllt sonst wieder mein Inventar zu. Und dann stelle ich mich bei der Sottlingsfarm kurz hin. Ähm. Essen ist schon da. Also sollte auch schnell gehen. Ich muss jetzt nicht kochen oder so. Ähm. Aber dann. Ähm. Kann ich nebenbei was essen. Naja. Verstanden. Ja. Wahrscheinlich einen Stern. So wie das aussieht. Aber. Ich lass es erstmal liegen. Ähm. Dann haben wir gleich die komplette Hausbeute. Die haben sogar letztes Mal unsere Portale und so stehen lassen. Ich hab mich gefragt warum nicht. Ich glaube aber das liegt ganz einfach daran. Ähm. Monster werden immer nur aggressiv wenn sie uns sehen. Dann haben sie ja dieses rote Ausrufezeichen über sich. Und ich glaube erst wenn sie in einem aggressiven Modus sind. Greifen sie auch Gebäude an. Also zum Beispiel dieses Portal hier ist für sie nur interessant wenn sie auch wütend sind. Und wütend sind sie nur wenn sie mich sehen. Da ich ja aber hier in diesem Baum bin sehen sie mich nicht. Ich glaube ich wiederhole mich. Ich glaube ihr wisst was ich meine. Ähm. Das finde ich sogar noch nicer. Weil da müssen wir nicht jedes Mal das Portal neu aufbauen. Aber. Hier stelle ich mich wieder so drauf. Guck hier so. Moment. Ich setze mich hin. Guck hier so durch. Und lass das mal eben kurz nebenbei laufen. Also bis gleich. Keine Ahnung. 10 Minuten. 15 Minuten vielleicht. Ähm. Bis dann. So. Da bin ich wieder. Weiter geht's. Ich hab jetzt gar nicht auf die Uhr geguckt. Ich weiß jetzt nicht wie viele Minuten das waren. Aber wenn ich mir da hinten den Spawn angucke da glitzert es schon sehr hübsch. Ich ess mal was. Und jump hier wieder durch. Wie viel Ausbeute wir haben. Sollte ich glaube ich immer mal wieder machen. Wenn ich in eine Pause gehe. Oh. Ja. Moin. 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 Da können wir glaube ich den. Wie heißt das? Kupfer. Können wir glaube ich einschmelzen. Wir sollten genug haben. Ähm. Wir haben die Schmelzen da noch stehen. Ich würde aber trotzdem sagen. Einfach damit schneller geht. Und kostet ja nix. Kostet ja nur Steine und Suttlingskern glaube ich. Schmeiß ich da noch ordentlich was dazu. Die Kohle lass ich hier. Die. So. Habe ich jetzt aus Versehen aufgenommen. Ja gut. Schmeiß ich das wieder hin. Ähm. Schmeiß ich mal hier mit rein. Dieses wirklich Dingens. Die Kerne genauso. Die können wir uns hier gleich wieder raus holen. Und das nehme ich mit hoch. Sortiere es ein. Oh. Nice. Und mit diesem Licht. Oder? Echt vernäublich hübscher. Die mache ich glaube ich noch ein bisschen weiter nach oben. Weil. Hier machen wir unsere Crafting Station. Ähm. Habe ich mich entschieden. Fände ich glaube ich doch hübscher. Stein schmeiß ich einfach mal da hinten mit. Ist doch jetzt völlig egal. Auch wenn es nicht vernünftig gestackt ist. Aber. Ähm. Was wollte ich? Stein holen. Wie brauchen wir? Moment. Herstellung. 20 pro Ding. Wir haben unten schon zwei. Ich mache nochmal vier weitere dazu. Also. 20 ne. Also. Nehmen wir uns mal 30 raus. Nehmen. Dann. Fünf Surtlingskerne. Äh. Ja. Fünf. Nehmen wir uns 20 Surtlingskerne raus. Zack. Wir machen die wieder hier so in Reihe. Der Kohle zu uns. So. Und. Dicht dran. Und wie das. Ja. Und genauso hier noch ein. Tuch. Ne. Den natürlich gedreht. Und zwar so. So. Wir nehmen sämtliche Kohle mit. Sämtliches Kupfererz. Ähm. Und schmeißen erstmal die Kohle rein. Ja. Ich bin hier natürlich. Entsprechend überladen. Ich mache erstmal das mit der Kohle glaube ich. Sollte eigentlich glaube ich auch alles was wir gesammelt haben wieder weg sein. Aber. Das reicht aus um. Eine Session zu machen glaube ich. Moment. Ich guck mal kurz. Und keine Kohle mehr. Die haben wir zu viel gebaut. Oh. Dann liegt hier noch Kohle. Ne. Na gut. Dann halt nicht. Ah. Hier ist sogar noch Kupfer drin. Hier schmeiße ich direkt mal hinterher. Genauso wie dort. Und hier. So. Hier ein bisschen nach rein. Den haben wir hier. Den Rest. Und. Nochmal holen. Hier den Zehner. So. Die hier reißen wir wieder ab. Vielleicht ist da sogar noch ein bisschen Kohle drin. Ne. Na gut. Dann nicht. Äh. So links Kerne hier wieder rein. Ah. Da rein. Ähm. So. 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 Und hier nehmen wir einen raus. So. Ähm. Ja. Weiß ich nicht. Reicht das im Kupfer? Ich hoffe mal. Ne. Äh. Das stimmt. Dann geht ja auch die Schmelze schneller. Da hab ich ja gar nicht dran gedacht. Jetzt wird denn hier einmal alles durchgeackert. Das heißt wenn wir jetzt aufstehen sollten wir sogar genug Kupfer haben. Können wir gleich mit hochnehmen. Ähm. Dann. Das heißt ich schmeiß den Stein hier erstmal nochmal hin. Kupfer aufnehmen. Das war auch alles. Komm ich da dran. 30. So. Hier ums Eck. Hier komm ich nicht hoch ne. Scheiße ey. Da wär ich mal so rum gegangen. Na gut. Ähm. Alles mitnehmen. Dann haben wir. Hier. Mehr als genug. Mehr als genug Kupfer für unsere. Äh. Fackeln. Top. Das ist mir nämlich auf jeden Fall ein Anliegen. Hier endlich mal ein bisschen Licht rein zu bringen. Die Treppen hübsch zu machen. Äh. Alles zu reparieren. Auch. Ne. Wie das hier mal ein bisschen belebter aussieht. Und nicht so karg. Und tot. Alles. Ich schmeiß das mal dahin. Nimm das mit. Nehm ein bisschen Harz. Ach shit. Harz ist auch. Äh. Nehme ich mal zwei Stacks mit. Einmal weil sie relativ leicht sind im Vergleich zu den anderen Sachen. Und weil wir dafür nach unten latschen müssen. Hier haben wir noch Holz. Ein Stack ist zu schwer. Ja. Dann packe ich eins wieder zurück. Dann passt es. So. Und wir bauen weiter. Unsere Fackeln. Dann. Dann.